Die Zentralregierung in Kiew hat sich erklärtermaßen daran nicht gehalten, sondern die Bevölkerung im Donbass beschossen. Seit 2014 tobte da schon vor Kriegsbeginn ein Bürgerkrieg. Hey Leute, heute wird's spannend. Wir sprechen über den Kriegsreporter Patrick Bab. Er war als einer der wenigen Reporter sowohl in der Ukraine als auch in Russland unterwegs. Er berichtet knallhart, was wirklich abgeht und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Bab kritisiert öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Büttel der NATO-Propaganda und sagt, dass Krieg, Tod und Leid zum neuen Geschäft unserer Medien geworden sind. Er deckt auf, wie unsere Politiker und Medien den Konflikt regelrecht herbeigeführt haben und glaubt mir, was Bab zu erzählen hat, wird euch schockieren. Schaut rein, um die Wahrheit zu erfahren, die man uns verschweigen will. Auf geht's! Selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht sie zum Büttel der NATO-Propaganda. Und da muss ich sagen, da stelle ich das Gebührenprivileg in Frage. Wenn die sonst nichts können als Propaganda der NATO verbreiten, dann soll die NATO auch diese Propaganda selbst bezahlen. Alles andere als ein unprovozierter Angriffskrieg. Der Westen hat ihn geradezu herbeiprovoziert und den Russen eine Falle gestellt. Man hat gesagt, und das geben Leute, ich habe auch Kontakte nach Washington, und die sagen das ganz oft. Wir haben dem Putin die Tür zu Verhandlungen zugemacht und wir wollten mal gucken, ob er angreift. Und wenn er angreift, dann wollten wir, dass er verliert. Und die Politik hat vollständig versagt. Im Bemühen, eine friedliche Lösung in Europa herbeizuführen. Ein amerikanischer Söldner, der auf ukrainischer Seite in Bachmut gekämpft hat, hat zu Protokoll gegeben, die durchschnittliche Überlebenszeit eines Infanteristen habe vier Stunden betragen. Vier Stunden, nicht länger. Und ich würde den Herren Hofreiter und der Frau Strack-Zimmermann und meinen lieben Kollegen, diesen Schreibtischtätern, die im Grunde genommen den Krieg anheizen, wünschen, dass sie mal ein paar Tage in der Nähe der Hauptkampflinie verbringen müssen. Und ich bin mir sicher, sie würden sich einfeuchten beim ersten scharfen Schuss. Und das ist wirklich ein Zeichen von Hinterhältigkeit und Feigheit. Für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass diese Kollegen, die die Waffenlieferungen befürworten, hinterm Schreibtisch in der Kaffeetasse rühren und andere vor den Teufel jagen, dass diese Kollegen wegen Volksverhetzung strafrechtlich zur Verantwortung gezogen sind. Eines ist klar, Alexander, wenn die Kriegstreiber so weitermachen, dann werden uns unsere eigenen Kinder demnächst aus Leichensäcken anstarren. Das wird das Ergebnis sein. Denn auch die Bundesrepublik Deutschland wird immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen. Und die Presse ist der schlimmste Kriegshetzer geworden. Das entlastet die Russen nicht von ihrer Verantwortung, diesen Krieg begonnen zu haben. Aber man muss auch den Vorkrieg genau betrachten. Am 7. September 2023 hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg von dem Europäischen Parlament gesagt, Putin habe sich im Herbst 2021, also Monate vor Kriegsbeginn, an ihn gewandt. Er habe einen Deal vorgeschlagen. Die NATO solle auf die Aufnahme der Ukraine verzichten, dann werde er auf einen Einmarsch verzichten. Und Stoltenberg kommentierte, da haben wir uns natürlich nicht drauf eingelassen. Und das ist ganz wichtig. Denn das sagt Folgendes. Dieser Krieg hätte leicht verhindert werden können. Man macht einen Deal. Die Ukraine wird nicht aufgenommen in die NATO. Die Russen halten sich raus. Zweitens. Das ist alles andere als ein unprovozierter Angriffskrieg. Der Westen hat ihn geradezu herbeiprovoziert und den Russen eine Falle gestellt. Man hat gesagt, und das geben Leute, ich habe auch Kontakte nach Washington, und die sagen das ganz oft, wir haben dem Putin die Tür zu Verhandlungen zugemacht und wir wollten mal gucken, ob er angreift. Und wenn er angreift, dann wollten wir, dass er verliert. Und dieses Programm durchzieht die NATO-Strategie bis heute. Jake Sullivan, der US-Sicherheitsberater und Jens Stoltenberg haben kürzlich zu Protokoll gegeben. Es gibt keinen Plan B, die Ukraine muss gewinnen. Was soll das denn? Also da muss man sagen, die Kriegstreiber hocken auf beiden Seiten. Und hier die deutsche Presse. Das ist die Presse, die europaweit die Menschen am schlechtesten informiert. Die Menschen sollen festgelegt werden auf, sie sollen hysterisiert werden und in diesen Krieg reingetrieben werden. Das Minsker Abkommen sah zunächst einmal auf dem Papier vor, dass es einen föderalen Status gibt, dass die russische Sprache anerkannt wird und dass ein starkes Maß an Selbstverwaltung in den östlichen Gebieten der Ukraine eingeführt wird. Die Zentralregierung in Kiew hat sich erklärtermaßen daran nicht gehalten, sondern die Bevölkerung im Donbass beschossen. Seit 2014 tobte da, schon vor Kriegsbeginn, ein Bürgerkrieg. Das hat auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg offen gesagt. Er sagt, dieser Krieg hat 2014 begonnen. Nämlich als Bürgerkrieg. Und nach Angaben internationaler Organisationen sind dabei mehr als 14.000 Menschen ums Leben gekommen, fast 3.500 Zivilisten und die meisten davon in den russischsprachigen Gebieten, weil die nämlich unter dem Beschuss der ukrainischen Armee lagen und von den ultranationalistischen und faschistischen Milizen bedrängt wurden. Der Oligarch Igor Kolomoisky hat damit geprahlt, dass er für jeden erschossenen Russen ein Kopfgeld von 5.000 Dollar auslobe. Ein guter Deal im Armenhaus Europas. Boah, ja, das muss man natürlich wissen. Da hat der Westen weggeschaut. Und am Ende haben sich die damalige Bundeskanzlerin Merkel und François Hollande, der französische Präsident, hingestellt und gesagt, naja, wir wollten der Ukraine ja nur Zeit verschaffen. Und man muss sich da mal in die Russen reinversetzen und mal sagen, wie wird das eigentlich von Diplomaten in Moskau gesehen? Da würde ich sagen, die sehen das so, wir sind über den Tisch gezogen worden. Wir glauben dem Westen einfach gar nichts mehr. Aber vielleicht versteht er die Sprache der Waffen, die Sprache der Gewalt. Auch das hat in diesen Krieg geführt. Denn es ist doch klar in der Diplomatie, da müssen sich verantwortliche Leute ansehen und sagen, machen wir das so, dann machen wir das so. Und dann biegen wir das unseren Leuten bei. Und jeder hält sich dran. Sonst funktioniert das nicht. Erforderlich ist dieses Mindestmaß an Vertrauen. Und heute reden die Konfliktparteien gar nicht mehr miteinander. Das Weiße Haus und der Kreml, die reden nicht mehr miteinander. Und darin schlummern Gefahren einer Eskalation, wenn die Gesprächsfäden abgerissen sind. Und eines muss man sagen, und da sind meine Ergebnisse identisch mit dem Forschungsstand. Die Menschen haben sich zur Wahlurne in der Ostukraine gedrängt. Niemand musste sie mit vorgehaltener Waffe, wie Frau Baerbock behauptet hat, zur Wahlurne zwingen. Die Menschen haben sich die Stimmzettel aus der Hand gerisst. Die älteren Damen haben die Urnen gesegnet, hatten Tränen in den Augen. Gestandene Männer hatten Tränen in den Augen. Mir hat ein Mann gesagt, und eins will ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Wir hier folgen der Stimme unseres Herzens. Wir werden nicht mit der Waffe in der Hand vorgeführt. Das hat damit zu tun, dass der Ukraine 1922 diese Gebiete zugeschlagen worden sind von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Weil man wollte, dass die Ukraine eben dieser Union beitritt. Und weil man eine zweite Wirkabsicht hatte. Man wollte den Dnieper schiffbar machen, begradigen und ein sehr großes Wasserkraftwerk schaffen. Das ist doch gelungen. Und so brauchte man eine einheitliche Verwaltungsstruktur in der Dnieper-Region. Und diese Menschen fühlen sich als Russen und stehen Russland näher als dem Westen. Das ist in der Westukraine völlig anders. Und diese Menschen schauen mit anderen Augen auf die Geschichte. Sie sagen, wir sind von Napoleon überfallen worden. Wir sind von den Deutschen im Ersten Weltkrieg angegriffen worden. Wir sind 1920 im Russisch-Polnischen Krieg von Pilsudski angegriffen worden. Wir sind im Russischen Bürgerkrieg von den Weißengarten angegriffen worden. Deutschland hat 1941 die Sowjetunion damit uns überfallen. Jetzt sollen wir wieder NATO-Raketen vor der Haustür haben. Geht's noch? Man muss sich auch mal in die Perspektive dieser Menschen reinversetzen. Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir verstehen würden, dass Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben, mit anderen Augen auf die Welt blicken. Da wäre viel gewonnen. Den Bauern geht es an den Kragen durch diese Politik. Das beschreibe ich in meinem Buch auch ausführlich. Die Lebensverhältnisse der Bauern in der Westukraine am Rande der Karpaten. Da haben sich immer mehr, immer stärker internationale Agrarkonzerne in die Schwarzerde-Böden eingekauft. Die EU-Assoziationsbemühungen im Assoziationsabkommen Artikel 404 zwingen die Ukraine, den Einsatz von genmanipuliertem Saatgut zuzulassen. Und der Mindestlohn liegt in der Ukraine heute bei 1,41 Euro pro Stunde. Die Kombination von extrem fruchtbaren Böden, dem Einsatz von genmanipuliertem Saatgut und den minimalen Löhnen führt zu einer extrem hohen Renditeerwartung. Und da können die heimischen Bauern in der Europäischen Union nicht mehr mithalten. Und die Bauern werden dadurch zugrunde gerichtet. Es wird zu einem flächendeckenden Höfesterben kommen. Das weiß die Regierung auch, aber es interessiert sie nicht. Sie möchte im Grunde genommen offensichtlich die landwirtschaftliche Produktion, die Kontrolle über die Lebensmittelkette in die Hand von amerikanischen Großkonzernen legen. Die polnischen Lkw-Fahrer und Bauern, die protestieren ja auch an der Grenze und zur Ukraine und wollen dieses Getreide nicht hineinlassen, weil sie sagen, wir sind da nicht mehr konkurrenzfähig. Und es gibt ja dann auch mittlerweile in Europa, wo die Bauern aufstehen, ob das in Belgien, in Holland ist. Es ist ja nicht nur in Deutschland so. Genau. Ich bin in Pirna gewesen, habe da in der Nähe gelesen und dann wurde ich am nächsten Morgen nach Dresden zum Hauptbahnhof gefahren. Und wir fuhren durch Pirna und da stehen zwölf nagelneue Getreidespeicher. Und ich habe gefragt, was ist denn da los? Und da sagte mein Fahrer, da kommt das Getreide aus Polen und aus der Ukraine an und geht dann in die Weiterverarbeitung. Und das bedeutet, die Speicher der Europäischen Union werden gefüllt von billigem ukrainischen Getreide und die heimischen Bauern können ihr Getreide nicht mehr verkaufen. Deswegen haben die polnischen Bauern protestiert und das ist natürlich auch der Hintergrund der Stimmenverluste der PiS in Polen. Ja. Ja. Und du hast diese Bauern in deinen Vorträgen dort erlebt. Ja. Und die haben eine große Wut. Die wissen wenig über die Ukraine, aber sie verstehen viel von Landwirtschaft. Und diese Zusammenhänge sind ihnen völlig plausibel. Sind ihnen völlig plausibel. Und sie wollen vor allem nicht zusätzlich belastet werden. Wir hatten da gestern Abend schon drüber gesprochen. Die Bauern fahren ja nicht über die Straße. Warum sollen sie für die Straßen Steuern zahlen, wenn sie 90 Prozent ihrer Dienstwege auf dem Acker fahren? Richtig. Und das ist im Grunde genommen nicht die Rücknahme oder steuerliche Vergünstigung, sondern das ist eine Rückzahlung im Grunde genommen. Keine Subvention. Das ist keine Subvention. Und das muss man wissen. Und den ukrainischen Bauern geht es auch nicht gut durch das Auftauchen internationaler Konzerne. Die Bauernsöhne, die ihre Höfe nicht mehr halten können, die verdingen sich dann in anderer Weise. Entweder verkaufen sie ihre Arbeitskraft als Wanderarbeiter irgendwo zwischen Moskau und Frankfurter Main, arbeiten auf Baustellen, wie auch immer, oder die Frauen in der Pflege. Oder sie gehen in den Zigarettenschmuggel. Das ist in der Karpatenregion, in der Thaisniederung sehr beliebt. Die Ukraine ist der wichtigste Lieferant für illegale Zigaretten in der EU. Oder sie melden sich zu den rechtsextremen Milizen, die inzwischen in die Nationalgarde integriert worden sind. Warum? Da bekamen sie bereits vor dem Krieg umgerechnet eine Monatslöhnung von 400 Euro. Bei einem Durchschnittslohn von 200 Euro ist das ein guter Deal im Armenhaus Europersen. Das ist ein guter Deal.